Tch 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 Da habe ich nicht drauf schlug Ausrüstung Weißt du was du lustig findest? Es hat geregelt und wir haben kaum Wasser drinnen Echt oder? Mhm Viel Gewasser hinzu Viel Gewasser hinzu Viel Gewasser hinzu Das wird halt alles nicht fertig Das ist halt der Scheiß Und pass auf, lass uns doch nochmal Zwei von den Wassersammlern machen Oder einen zumindest Einen können wir auf jeden Fall machen Hier hinten Ich habe noch 10 Leben Ja Weil das Getreide Kann man das jetzt einfach Anbauen? Weißt du was ich meine? Sind das jetzt die Körner? Ich hoffe mal Also ich hoffe sehr Getreide Da steht nur Getreide Weizen Wollen wir vielleicht erst mal Päckchen? Achso ja Machen wir Machen wir Weil dann arbeiten die morgen auch Die guten Leuts Tag 24 Perfekto Weil wenn das die Körnchen sind Dann können wir den Rest auch zu Stroh machen Und einfach Die neue Falle bauen Ja Hier Was? Warum ist der verletzt? I don't know Ich bandagehier ihn mal Danke Der hier hinten Sind einige verletzt Was ist los mit euch? Komm Ich bandagehier dich auch Oh ja Jetzt haben wir Wasser Jetzt bekommt ihr überall Wasser rein Das ist gut Ich glaube das braucht halt einfach Übelst viel Zeit Weißt du Ja Das ist schmücklich du Wir brauchen noch Kupfer Hallo Hi Nein Jetzt pack nicht wiederum Füge halt einfach Wasser hinzu Mann Das ist dein scheiß Problem Bewegt sich einer nicht? Oder was? Ich bewege mich nicht Oh okay Ich hoffe das geht Da steht Füge Wasser hinzu Und ich kann nichts tun Ich hoffe die machen das Wir haben eigentlich zwei Leute Für die Felder Das ist ja wurscht Ich will ja mithelfen So damit es schneller geht Ich kann kein Wasser hinzufügen Ich kotze im Strahl Ja das ist manchmal so Also ich nehme jetzt Auf jeden Fall Ein Getreidekorn mit Sobald da irgendwas Zum Pflügen bereit ist Versuche ich sofort Dieses Körnchen Rein zu batschen Sehr gut Du kannst Getreide ist eh auf eins Weizen ist auf eins Flax Hörnf Rote Beete Flax 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 Alter 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 War schneller als du Ist echt so Ist echt so Okay also das läuft Wart mal Wie kann ich Wasser hinzufügen Wie geht das Wie geht das Wie geht das Niko Schon in seiner In seiner Queue hatte Das kann sein Ja Okay Wir haben sehr viel Wasser Das ist gut Was ist denn das da drüben eigentlich Ach Bergbau Okay Ich würde mal gucken Dass ich das ein oder das andere mal sammle Ich glaube ich würde jetzt mithelfen Planken zu produzieren Okay Das ist doch ein Deal Das ist ein Deal Auf jeden Fall Weil dann kann ich nebenbei aufs Feld achten Weil sobald da was zum Pflügen bereit ist Versuche ich sofort Alter wir brauchen echt diesen Förster man Ja Der Bäume wieder pflanzt Das ist langsam hier ganz schön karg Ja das ist Wahnsinn Ich sammle bisschen Kupfererz und so weiter Damit wir da nicht so ganz karg unterwegs sind Aber Warum macht denn der bei der Forschung eigentlich nicht weiter Fehlt ihm was Ja das Ich guck mal nach Der müsste eigentlich Wir brauchen den Hammer Um die Dorfhalle dann am Ende auch zu bauen Ja das Nächte 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 Was ich jetzt mache Ich brauche eine Spitzsacke Ich werde jetzt einfach mit der blöden Spitzsacke hier Alles mögliche einfach versuchen abzubauen Ein Bronzebarren und Sexholz Ja stellt euch halt an oder Oder haben wir einfach kein Bronzebarren Äh weiß ich nicht Ich komme gerade zurück mit Äh Erzen Ich werde jetzt auch eine Erztour machen Wir haben kein Bronzebarren Also ich bin in einem kardiologischen Verein Wir machen eine Erztour Alter Ja wir brauchen Kupfer Alex Kupfererz Ganz dringend Genau Ich habe mir jetzt ein Zinnerz ins Inventar genommen Ja ich habe hier Damit die nicht immer Weil die machen immer Zinnbaren daraus Das ist nicht das was ich möchte Ja dann warte mal Dann mach doch mal folgendes Dann sag denen mal Wir sollen jeweils zwei Kupfer zwei Zinn machen Und den Rest einfach Kupfer barren Äh Bronzebarren ja Ok So Das ist Kupfer sehr gut Dann mach ich doch schnell einen oder? Ja oder kannst du Ne kannst du mal Ich brauche ein Pickaxe A Bronzebarren Brauche ich zwei oder ein Bronzebarren Einen und sechs Holz Ich habe da drüben doch sechs Holz gesehen Alter ist schon wieder weg Solche Penner Die sind so schnell ja Übel Holz Haben wir Holz? Nein wir haben wieder kein Holz Alter Es ist zum davonlaufen Es ist zum Schreien Ich mach gleich nicht Was? Es ist zum Mäuse melken Ey wir haben doch unglaublich viel Äh Flax und so weiter Ich nehme mal ein bisschen Flax mit Und klappe mal die Dörfer ab Bitte Das hat's eine gute Idee Hier Ich geh mal Holz sammeln Ja Wenn er mich mal reisen lässt Nein lässt er mich nicht Du riechst mich so auf Ach der Hayopai ey So Klappern wir mal ab Okay Darf ich hier überhaupt Oder ist das zu nah an der Schleggens dran? Wir nötigen ein Werkzeug Passt Oh der verkauft alles andere als Oh der hat einen Hanfsaum Toll Ja haben wir mittlerweile auch genug Ja Wir müssen uns einfach drum kümmern dass Der Flax fertig wird Der liegt halt schon ewig auf den Feldern und wird nicht fertig Das ist das Problem Ja das ist Aber jetzt wo wir Wasser haben Sollte es gehen ne? Ja jetzt soll es schneller gehen Auf ich Weißt du was Das ist mir jetzt auch 22 Holz Einbauen geht aber Wir haben ein bisschen Viel Zeug mitgenommen Ich würde so gerne besser handeln Also ne weitreichender handeln Mh Und dadurch ansehen bekommen Oh das wär schön Das wär schön Hör mal Yeah Ich hab zu viel von dem Zeug mitgenommen Weil So Jetzt erforscht bitte den Hammer Danke So Ach noch ein Baumsamen Wir haben so viele Baumsamen man Oh Okay gut du ich kann jetzt mit der Spitzhacke rumrennen Das ist ja noch besser ja dann Ich wollte nämlich gerade Holz nebenbei holen Und das haben wir freigeschaltet Endlich Endlich Junge So Dann wie viele Rahmen Riemen meine ich Rahmen Rahmen Hast du Hunger? Wir haben keine Riemen mehr Ja ich hab gerade einen Noch genommen für die Spitzhacke Ja gut Dann wird das Forschen Kriegen wir hin Alles gut Ja ja du Alles gut Ich guck bloß ob wir was forschen können Nein können wir nicht Okay Du kannst dem Hajo ja mal sagen dass der vielleicht So Yeah Ähm Vielleicht ein Zimmermannszimmer macht Oder zwei Ach du die mach ich schnell selbst Oder so Selbst ist der Niko Für uns beide halt oder? Ja genau Hupfer Oh nein hoffentlich haben sie mein Holz noch nicht rausgenommen Doch haben sie die Alter alles weg schon wieder Ja Es ist so bekloppt ne Gibt's doch nicht Wie schnell sind denn die? Holz 0 Wo habt ihr das ganze Holz in die Abschulde überhaupt das Lagerfeuer angemacht? Naja Uff Boah Schack Immer Ja dann geh ich nochmal Holz Ja gut ich hab mir ein bisschen auch was mitgenommen ne Ich hab mir ein bisschen was gebraucht wie die Hacke Ich hab mir ein bisschen was gebraucht wie die Hacke Ist schon mal was Sag mal ist das Kann ich das Kann ich da ewig drauf knüppeln? Wär ja toll dann steh ich hier einfach und knüppel Ich komm halt mit ziemlich viel Kupfer wahrscheinlich gleich zurück Und mit ein bisschen Stein Das ist so Abschussware Überschuss Mach mal die Baustelle auch ein bisschen weiter Mal hier was mal da was Mal anders Du Kupfernägel Okay Also ich komm mit sehr sehr viel Kupfer zurück ne Also Kann ich mittlerweile was pflanzen? Nein Meinsch das ist so realistisch doch ist es ja Wenn es regnet wird das Feld automatisch nass Sehr gut Dann muss es viel regnen Oh I am digging a hole Digeightigy hole Digbeitigy hole I aam a Dwarf and aeiding a hole ąd Weißt du doch grad. Hey, Digger. Nee. Gib mal den Baumstamm her. Danke. So durch. Ähm. Warum steh ich jetzt auf den... Wirklich buggy, Allah. Oha. Mein Schulranzen ist voll. Schulranzen. Schulranzen. So. Ich komm mit. Kupfer. Kupfer. Wir müssen auch Kupfernegel herstellen. Ja. Wir haben... Ein Kupferbarren. 14 Kupfer, Digi. 14. Wir haben zwei Kupferbarren. Sehr gut. Müll, Brosebarren, Kupferbarren. Dann stelle ich noch schnell Nägel her. Ich wohl schnell Zinn noch. Boah, wie lang braucht es? Zweieinhalb Minuten? Junge. Du kannst ja weggehen davon, oder? Nee. Ach so, die Kupfernegel. Ja. Ja, das ist ja was. Ich würde gerne sagen, das geht schneller, aber... Wie sieht es mit Stroh aus? Brauchen wir noch Stroh? Soll ich noch was klauen gehen? Weiß ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich würde mich dafür anbieten. So. Ich packe noch darauf ein Weizen, ob man das dafür benutzen kann und so. Ich weiß, das haben wir noch nicht. Sobald ich das herausgefunden habe, und ich weiß, das geht, ratsch mal schön Stroh. Sehr gut. Ich, wie gesagt, ich gebe mir hier volle Kanüle. Mit dem Zinn. Weil ich habe jetzt gelernt, die ganz großen Steine scheinen unendlich zu sein. Das heißt, ich kann hier einfach drauf losknüppeln, Lino. Und das ist das, weil ich hatte nämlich davor Steine genutzt. Die waren anscheinend nicht... Ja, unendlich. Und die sind's wohl. Was haben wir denn, du? Ich habe so ein Ohr, wo mir jetzt... Bin sie auch dran schuld, Nico. So. Haben wir einen Lieberhauer eigentlich, Nico? Nee, das müssten wir eigentlich auch noch erledigen. Also, wenn wir Riemen farmen wollen und so, da können wir tatsächlich uns gemeinsam wohin begeben. Okay. Aber nur, wenn du Lust hast. Und wohin? Es gibt noch ein Lager. Das ist nicht so stark. Aber dort kommen immer Gegner vorbei. Und diese Gegner können wir abschneggeln. Und da gibt es diese Flussecke. Wenn du einen Bogen mitnimmst, das ist eine 10 von 10. Dann haben wir gar keine Probleme mit denen. Du musst doch eine andere Möglichkeit geben. Okay, wir müssen die Dorfhalle bauen, gell? Genau. Deswegen sitzen wir auch dran. Die Dorfhalle, die batschen wir jetzt einfach durch und dann stellen wir selber Riemen her. So einfach ist es nämlich. Okay. Jawohl, Chef. Wir arbeiten uns durch. Mehr Arbeit. Ich lege dir deinen Zimmermannshammer dann in deine Ruhe. In meine Hette, Hette, Hette Ruhe. So, Digi, wie sieht es denn aus? Hast du noch für uns einen Riemen? Reiß dich jetzt mal am Riemen, Junge. Ja. Und ich... Brauchen wir noch einen Zimmermannshammer? Nein. Okay. Weil ich... Der hat nämlich auch eine... Oh, du bist stärker geworden. Ja. Anscheinend. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Ich komme zurück. Ich komme zurück, bittes. Ja, ja. Werd du? Hey, listen. Ich gehe dir was. Uh-huh. Ich bin gleich zurück. Ich laufe. Wir haben 700... Bekommen wir... Wir bekommen mehr Ruf. Wir haben 751. Okay. Das kann nicht sein, dass wir das irgendwie durch nichts bekommen, sondern wir bekommen das anscheinend dadurch.